tägliche andachten von der prinz gelesen von daniel tracy 17 juli ein tor zum übernatürlichen anbetung auf heiligem boden eine weitere schöne illustration dessen was wir durch die taufe im heiligen geist empfangen ist in der geschichte von der heilung nahmanns das syrischen aussätzigen enthalten die in zweiten könige 5 aufgezeichnet ist als ergebnis seine wundersamen heilung erkannte nahmann dass der herr jahwe der gott israels der einzig wahre gott war er wusste jedoch dass er bald in ein unreines heidnisches land zurückkehren und mit dem götzendienerischen zeremonien eines heidnischen tempels in verbindung gebracht werden würde mit diesen gedanken im hinterkopf hatte nahmann eine besondere bitte bevor er das land israel verließ das sprach nahmann könnte deinem knecht nicht ein doppelt maultier last erde gegeben werden denn dein knecht will nicht mehr anderen göttern brandopfer und schlachtopfer darbringen sondern nur dem herrn in zweiten könige 5 vers 17 warum wollte nahmann erde aus dem land israel nach hause tragen er hatte die heiligkeit des herrn erkannt und im gegensatz dazu die unreinheit seines eigenen landes und volkes er war daher entschlossen nie wieder auf unreine erde ein lobopfer zu geben die heiligkeit des herrn verlangte dass nahmann nur auf der erde aus dem eigenen land des herrn stehen und ihn anbeten sollte da nahmann nicht dauerhaft in israel bleiben konnte beschloss er einen teil der erde israels mit nach hause zu nehmen und dort von dieser erde aus seinen eigenen besondere anbetungsstätte zu machen so ist es mit dem geist getauften gläubigen er gewinnt ein neues verständnis für diese worte jesu gott ist geist und die ihn anbeten müssen ihn im geist und in der wahrheit anbeten johannes 4 vers 24 ein solcher gläubiger kann sich nicht mehr mit den bloßen formen und zeremonien des von menschen gemachten gottesdiensten zufrieden geben er ist im himmlischen land gewesen er hat einen blick auf seine herrlichkeit und die heiligkeit gottes geworfen er hat einen teil dieses heiligen bodens mit sich zurückgebracht ganz gleich wohin die umstände ihn führen mögen er betet jetzt nicht auf einem unreinen land sondern auf heiligem boden an er betet im geist dem heiligen geist und in der wahrheit an was in der anbetung des geisterfüllten gläubigen war ist ist auch in jedem anderen aspekt seine erfahrung war durch die taufe im geist ist er in eine neue art des übernatürlichen lebens eingetreten das übernatürliche ist natürlich geworden sie können mir gerne das folgende gebet nachsprechen o herr wie wunderbar ist es dass du mit der taufe im heiligen geist einen neuen weg geschaffen hast dich so zu anbeten wie es sein sollte im geist und in der wahrheit danke herr jesus für diese gnade so so Untertitelung des ZDF, 2020